Guten Tag Leute, da sind wir wieder mit einer Runde GTA Online und hier springt Erik schon aus dem Häuschen, äh, ja, ein neues Mitglied, das wir hier mitspielt, darfst dich hier kurz mal vorstellen. Yo, ich bin Erik, ich hab ein BMX-Bike, yeah. Jo, Yassid ist auch wieder dabei und... Gnadendos. Ja, Sorian, äh, alias Mete, alias, keine Ahnung, ist auch dabei, so ist ja nicht. So, was machen wir denn, Jungs, auf was habt ihr denn Lust? Liebe. Was? Liebe machen. Liebe machen. Nicht mit uns, Junge, nicht mit uns. So, Lamar würde mir eine Mission für vier Leute anbieten. Warten. Habt ihr Yassid tot gefahren? Nein, er hat nicht tot gefahren. Ach so, ja. Er hat mein Fahrrad tot gefahren und mich auch. Was, so schnell? Ja. Habt dich grad mal berührt. Ja. Ich hab mit einem großen Auto mein Fahrrad. Wirst du? Da geil. Läuft ja schon mal super. Mich freut's übelst, dass wir heute zu dritt aufnehmen. Eigentlich wär's nicht gegangen. Eigentlich. Eigentlich? So, ich hol mir... Eigentlich, eigentlich ja. Mete wollte ich... Boah, ich hase den Jungen. Huch. Ich hab irgendeinen Passanten überfahren. Ich erhole uns da jetzt mal ein Deathmatch. Ein Team-Deathmatch. Was haltet ihr denn davon? Statt Liebe gibt es erstmal Hass. Leute. Ist ja. Ja, lass mal. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ganz, ganz schüchtern. Ihr müsst nicht schüchtern sein. Ihr dürft schon frei von der Leber weg hier. Alter. Aussteigen, hab ich gesagt. Hosten, hab ich gesagt. Nicht aussteigen, ne? Warte, ich steig mit ein. Ne, ich hoste. So, vier bis zwölf Spieler. Läuft bei euch, ne? Ja, natürlich. Das ist mich dauernd. Wer? Du hast angefangen. Hey, ich hab meinen Cheater gefunden. Oder die Reste davon gefunden. Was? Du hast die Reste von einem Cheater gefunden? So heißt mein Auto. Dieses exotische Auto. Ach so. Ah. Jetzt kann ich endlich einstellen. Team-Deathmatch. Anzahl Teams 2. 25 Kills passt eigentlich. Ja. Aktuell. Verkehr ein. Feste und aufnehmbare. Nichts Feste. Im Besitz und aufnehmbare, würde ich sagen. So. Einstellungen bestätigen. Äh, äh, äh. Meine Crewmitglieder. So. Ich hab euch mal eingeladen. Könnt ihr bitte annehmen? Ja, wenn ich nicht dauernd sterben würde. Ich bin drin. Du hast schon, du hast schon drei Sekunden Zeit, dass du mal ans Handy gehen kannst. Jassi töte mich dauernd. Ich wollte gerade töten. Da tötet der mich einfach. Ja, im Deathmatch kannst du ihn töten. Ja, hoffe ich auch. Und kriegst du auch noch ERP für. Yeah. Yeah. Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten, bitte. Ich will mit W-Tams Team. Okay. Aber, aber. Wir werden eh in einem Team sein, wenn dann, oder? Ich muss echt sagen, Jassi fackt schon echt ab. Ja, ab und an. Ab und an. Ja, gut. Er wusste ja nicht, was abgeht. Weil er mal wieder nicht auf den Teamspeak-Server raufgekommen ist zum Zuhören. Was wir überhaupt vorhaben. So. Aus aktueller Sitzung wird nicht viel bringen. Wir sind die einzigen in der Sitzung, oder? Äh, ich glaub schon. Nur wir vier. Nur wir vier. Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass noch irgendjemand joint. So. Ich geb ihnen noch 40 Sekunden. So. Wie hast denn du die Ausdauer so hochgekriegt, Erik? Ist ja abartig. Ich renne die ganze Zeit weg, musst du wissen. Ich renne, ich bin ziemlich oft weggerannt. Übel. Level 22 und du hast da Pappen voll. Aber dafür schleichen bist du kacke. Hast ja noch nicht so viele Gelegenheiten zu schleichen. Genau. Ich kann euch eure Dings irgendwie nicht angucken. Ja, ich seh dich jetzt grad zufällig, weil du der letzte warst, der eingetreten ist. Achso. So, zwei kommen grad rein. Finde ich super. Die haben noch ganze 16 Sekunden Zeit. Drei sogar. 14. Dass sie hier mal fertig werden. Oh, ein 57er. Einer hat Nuts. Auch nicht schlecht. Ich glaub, die hacken. Nicht unbedingt bei dem Level. Nee. Doch, definitiv. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich ja. So. Wenn ihr kurz Zeit habt, guckt mal kurz bei Skype drauf. Nee, ich guck kurz. Ich guck kurz. Nee, ich lass das lieber mal. Nicht, dass ihr irgendwas wegkackt. Das mach ich immer sehr ungern während der Aufnahme dann. Okay, gut. So, wir sind eh in einem Team geil. So, dann wette ich mal 100 Dollar auf uns. Ich wette... 1000 Euro nächst Box. Ich hab nicht mehr Kohle dabei. So, muss ich für alle kaufen. Guck mal, was ich Schlüssiges mache. Du Wichser. Alter. Ich hab ein Pfeilchen irgendwie. Oder ich bin ziemlich ramponiert unter dem rechten Auge zumindest. Aber die Sonnenbrille kaschiert das. So, dann geht's mal los. Bin ich gespannt, ob wir da was reißen können. Hier doch auch, oder? Ist das so still? Ja, also von der letzten Folge wissen wir ja noch, ne? Wer besser war von uns beiden. Oder du? Ach ja, wir sind ja in einem Team, oder? Ja, genau. Da hast du Glück gehabt. Rack. Was? Rack? Rack. Wieso Rack? Rack, hab ich gesagt. Wieso bist du Rack? Eins. Alter, ich brauch einen Distanz... Schussmöglichkeit hoch. Da war jemand. Ich hab da jemanden gesehen. Einen hab ich schon weggeholt. Hab auch einen. Ja, du hast meinen Kill geklaut. Hab ich dich? Ich? Ich hab dir den Arsch gerettet. Ja, genau. Ich steh sicher in der Deckung und du nicht. So, zwei. An WG bin ich gestorben. So. Dafür hab ich dich gerecht. Ah, fuck. Du hast mir den Kill geklaut. Du bist doch gestorben. Da hab ich keinen Kill geklaut. Wie sollte ich denn dann auch? Klauen kann man nur bei jemandem, der noch lebt. Nicht jemandem, bei dem, der wie tot ist, ne? Klingt logisch. Huch. Ich geh mal eine Runde im Pool, ne? Ich hab ja nix gegen. voll die Vorlage gegeben. Ich steifel grad so ein bisschen. Ja, drei. Ich bin bei drei. Ich bin grad von raus. Alter, geh aus diesem scheiß Pool raus. Hier. Alter. Du sniperst aber ganz schön. Ich? Ne, ich hab grad gesnipert. Ich hab nur einen angehitelt. Aber ich wurde grad wegge... Wecke. Ach, weggepufft. Ihr hört euch ziemlich ähnlich an. Deswegen hab ich da leicht Probleme. Bist du mein Bruder? Wir sind auch sehr ähnlich. Wir sind wie Vater und Sohn. Achso. Oder Mutter und Tochter. Oder wie Arsch und Eimer. Oder wie Bruder und Schwester. Mutter und Tochter sind da. Mutter und Tochter. Okay. Ist genehmigt. Glaube ich euch aufs Wort. Mann, helft mir doch mal. Labert mal nicht und tötet die anderen mal. Ja, ich... Fuck! Keine Ahnung. Ich richte mein Gesicht immer Richtung Boden. Keine Ahnung. Versteckt euch einfach irgendwo. Ja, genau. Einfach campen. Campen einfach. Nee. Ich bin nicht so der Freiluftfanatiker. Der hat ein bisschen gebraucht zum Zünden, ne? So. Alter, ich seh keinen. Aber die schießen mich an. So, komm aus deiner Deckung. So, tot ist er. Kapen, nein. So, wo sind die anderen zwei? Da links. Irgendwie seh ich da immer... Irgendwie seh ich da immer nur einen. So, sauber. Läuft doch. Aber hinter dem Container verstecken er sich echt gern. Ich muss echt sagen, ich glaub der eine hackt. Echt jetzt. Ohne Spaß. Ich hab ne geile Kill-Serie grad. Uh, er läuft auf mich zu. Ey. Erik, guck mal nach hinten. So, komm, Tisch dir. Das gibt's ja nicht. Hab ich fast ein ganzes Magazin reingeballert in den. Na endlich fällt er um. Ich mein jetzt, dass wir so richtig spielen, okay? Na, komm. Ich seh ja gar keinen. Ach, ich räum alle weg, deswegen seh ich hier keine. Ich hab voll die Kill-Serie, Jungs. Mann, die hacken dauernd. Äh, ich glaub auch. Red Rick Blood, ich glaub der schummelt. Nö. Ach, der schummelt. Ich hab ihn jetzt, keine Ahnung, drei oder vier Mal in Folge getötet. Dann schummelst du. Er läuft eben auf mich zu. Ich bin der größte Schummler dieser Welt. Ich schieße auf seinen Kopf, aber er stirbt nicht. Ähm. Ja, dann schießt er am Kopf vorbei. So wie in den Cartoons früher immer, wenn geschossen wird. Immer so ein Ausschnitt von den Personen, so rundherum. Jeder weg. Läuft's halt bei mir sprachtechnisch mal gar nicht. Alter. Warum? Nicht nur bei dir nicht. Ey, ich kann hier keine Sätze bauen. Aua. Ja, das hast du jetzt davon. Hab doch gesagt, der hackt. Ja. Ich bin nur über einen Zaun gestiegen, der sich dann zurückzieht. Kleine Sau. Ähm. So, wo bin ich jetzt gespawnt? Kenn mich hier gar nicht mehr aus. Uh, hier ist ein Pool. Könnte ich wieder in der Runde schwimmen gehen? Ich find gar keine Gegner. Ich auch nicht. Bin aber auch, glaube ich, abseits von Gut und Böse. So, da oben ist ein Tennisplatz. Und, Mann, der ist schon mit die ganze Zeit der Typ. Von wo? Ja, in den Garten. Ich baller so in mein ganzes Magazin, auf den er überlebt einfach. Ja, vielleicht hat er eine verdammt gute Weste. Ja, weil ich gestern auf seinen Kopf schieße. Ja, das ist bei Spielen doch öfter so. Wenn man eine Basta hat, ist der Kopf auch geschützt. Ist doch normal, oder? Ist doch in Reel auch so. Ich glaube, ich fange jetzt an zu snipen. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Guckst du wieder? Das lassen wir nicht länger gefallen. Das ist ein Homospiel. Ich will das nie wieder spielen. Wieso? Das sagst du jetzt nur so. Das sagst du jetzt nur so. Das glaube ich nicht, Tim. Äh, Erik. Tim. Tim. Nein, 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 Oh, ganz knapp. Puh. Glück. Alter, geht doch mal. Alter, ich war doch. Wer hat mich hier aus der Deckung gedrängelt? Ich war das nicht. Ich auch nicht. Wer hat einen schwarzen Anzug von euch? Ich war das nicht. Ich war das wirklich nicht. Muss für anders gewesen sein. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war hinter dem Container. Ja, Erik, ich weiß es. Ja. Du warst schon. Du hast mich aus der Deckung gedrängelt. Was soll der Scheiß? Ich habe eine hammergeile Deckung und du drängelst mich hier raus. Alter, und er macht es wieder. Alter, wir brauchen Kills, Leute. Wir sind voll weit hinten jetzt. Hä? 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 Alter. Ich sehe einfach keinen. Ich sehe einfach gar keinen. Killserie in den Niederlagenserie gemacht. Super. Jetzt haben wir verloren. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, natürlich. Wir waren super. Wir waren die Besten. Wir haben gewonnen, oder? Ja, natürlich. Wir gewinnen immer. 3090. Geld. Ja, bei mir überlegt die PS3 noch, wie viel das ich bekomme. Ich schätze mal nichts, wenn es so weiter geht. Hey, ich glaube, das waren doch wir gerade, oder? Wir haben noch... Gefällt mir trotzdem. War lustig. Hat Spaß gemacht. Alter, kannst du schon auf Gefällt mir drücken? Ja. Da ist das Spaß gemacht. So, endlich sehe ich Verlierer. JP12. So, 3090. Und 254. Ja, das ist nicht Spielvater. Wieso? Weil es mir nicht gefallen hat. Ach, war ne geile Ding. Also, bei WhatsApp hat er geschrieben... Ne, bei WhatsApp sag ich schon. Bei Skype hat er geschrieben. Scheiße. Hey, ich hab sechs Kills gemacht. Ich bin öfter... Äh, ich hab öfters gekillt als... Hä, die haben die Logos hier verändert. Da sieht man jetzt direkt, was das ist. Ist ja geil. Wollen wir Rennen machen? Da wäre... Da wäre noch ein Deathmatch. Wollen wir Rennen machen? Ich bin auch vom Rennen. Ein Rennen? Was für eins? Ja, das ist oben rechts. Okay, dann nehmen wir oben rechts. Geschlossen. Hoffentlich. Ja, sieben zu drei. Das verlieren wir. Nochmal ein Deathmatch. Irgendeiner von uns... Irgendeiner von uns... Hat den anderen gewählt. Wie? Von uns... Von uns drei? Ja, ne. Von unserer Crew hat irgendjemand was anderes gewählt. Ja, höchstwahrscheinlich Yassid, weil er uns nicht hört. War so klar. Aber... Lass mal. Äh... Lass mal. Ah, Yassid. Wir haben gerade von dir geredet. Wenn man vom Teufel spricht... Ne. Bleib bitte drauf. Dass wir uns ein bisschen kommunizieren können. Bitte. So. Dass du zumindest uns verstehst. Achso, ich bin der Horst. Sagt das halt einer. Lass mal diesen Spielmodi spielen, den wir letztes Mal angeguckt hatten. Da, wo wir auf so einer Landebahn waren. Ach, den? Ja, wenn man finden. Das ist wo die Gents, die Leute verfolgen, oder? Ne. Wie heißt's? Äh... Ich überlege auch gerade. Äh... Soldat James Rayard. Ja, achso. Irgendwie so. Ist ne geile Mission. Dann. Ja.